Boah, das hat ja jetzt übelst lang gedauert mit Marvel Shop, ey. So, es gibt heute noch ne V-Works Mission, die muss hier ja auch noch dringend rein. So, das ist ne einfache, hier. Einmal ein Atlas, 30 V-Works, 19er Mission, geht klar, sollte auf jeden Fall sehr, sehr machbar sein. Ja, ähm, ist die einzigste heute, leider. Ja, ansonsten, nur noch ein bisschen, ich glaub nur noch 6 Tage, dann haben wir auch endlich ne neue Unterfangen Season und ne neue, wahrscheinlich auch mehr V-Works Missionen dann wieder. Auf jeden Fall, es ist ja auf jeden Fall auch ne Miniboss Season wieder. Ja, also dann, sag ich mal, bis zum nächsten Mal mit den V-Works Missionen.